Mir ist so warm. Kann ich hier einfach so drüber? Alles falsch. Ich will das neu machen. Alles falsch gemacht. Guck mal, dass... Achso, ein Windprenz sollte ich machen. So schön. Ach komm, warum wird die Scheiße denn nicht gewertet? Das ist doch total dumm. Und dann war ich zu schnell. Drehdichten. Dummer. Oder war ich zu schnell? Drehdichten. Wo war das denn? Mich stört das grad ein bisschen hier, dass das nicht funktionieren will. Ich hab das doch schon viel früher losgelassen. Mir ist so warm. Ähm... Ist das? Dankeschön. Man kann auch nicht schummeln, ne? Ist ja Wahnsinn. Man kann auch nicht schummeln, ne? Ist ja Wahnsinn. Ja, okay. Ich nehm das jetzt einfach mal so hin. Ja, okay. Ich nehm das jetzt einfach mal so hin. Ja, okay. Ja, okay. Ich war auf dem Dach. Ich war auf dem Dach. Ihr Penner. Ich bin da sogar gegrindet, ihr Wichser. Wichtige... Hurensohne. Wichtige. 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 Schade. Hätte ja sein können, dass es zählt. Okay. Wo ist eine Wichtige. Und das keine W Johnson churchillrosz. Und das kann ich sowen, aber mit sofern zu gesperten. Subtrainer, wie gerade die Menschen in der Welcomefrau. Dort much ist安全. Hier ist verschiedene Trainingnehmen. Bisschen Flutter. Und immer diese... Sie macht heute nicht, was ich will, ne? Und dass das nicht mit dem Come aufs Dach gewertet wird, ne? So. Ich glaube, ich muss den schief machen. Okay, jetzt muss ich schnell noch die Punkte reißen. Aber wenn's an mir gehen würde, hätte ich das nicht gelten lassen. Puh, das war aber... Huiuiuiuiuiuiuiui. Oh, knapp. Sehr, sehr knapp. Okay. schnell weg hier. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Wir können ja mal über die Karte gehen. Das ist halt so ein bisschen blöd hier an der Map, dass die quasi hier unten endet. Und wenn man hier unten ist, dann brauchen wir halt ein bisschen, um wieder irgendwo hinzukommen, wo was ist, weil man auch bergauf fahren muss und das dauert halt natürlich ein bisschen länger. Ja, wir gucken uns mal hier ein Ducato an. Was habe ich denn jetzt hier? Achso, das sind die Team-Challenges. Ich finde es auch ein bisschen blöd, dass man sich hier nicht alles auf einmal anzeigen lassen kann, wie im ersten oder nee, wie im zweiten Teil. Und man sieht ja auch gar nicht, wo wir sind. Dass man nur so nebenher, ne? Ich glaube, wir sind da oben rechts. Oder? Nee, komm, wir fahren dahin. Ich gucke das hier gerade nicht auf die Reihe. Ich weiß nicht, wo wir auf der Karte sind, weil das uns so toll angezeigt wird. Okay, das ist meine Playstation schon im dritten Ventilatormodus. Lüftungsmodus. Falls sie abstürzen sollte, wisst ihr, es ist wegen Überhexung. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man die hört, ob man die Pfeifen hört. Ich hoffe nicht. So. Guck mal, hier haben wir doch Hall of Meat. Somewhere. Ich denke mal, das ist da oben auf dem Dach drauf. Riecht es hier nach oben? Nee, hier ist es. Na gut, dann machen wir das hier. Okay, ich schlage den Zielscore. Gebrochene Knochen. Also, ich brauche einfach nur gebrochene Knochen, oder was? Das ist ja nicht so das Problem. Oder haben wir das schon gemacht? Nee, eigentlich nicht. Weil sonst dürfte da nicht mehr Rocken stehen. Achso, wir haben noch... Ah, wir dürfen das Mäher... Mäher machen. Öfters machen. So, müsste das jetzt eigentlich schon... Ah, nee, doch noch nicht. Da hoffe ich mich verreiche ich schon nicht. Aber nur gerockt. Wenn die mir gesagt hätten, ja, so 20 gebrochene Knochen. Aber gebrochene Knochen sagt mir nicht viel. So. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Ach. Hallo. Dankeschön. Ähm, abgeschlossen. Hall of Meat. Hall of Meat. Ach guck mal, das haben wir noch gar nicht... Oder das kann man nicht. Meine Play, sie macht mir grad ein bisschen Angst. Gleich macht's tüdüdüdüb. Und dann ist vorbei. Zu killen, bitte. 20 gebrochene Knochen. Dankeschön. Und 200.000 Punkte. Okay. Das ist natürlich was anderes. Kann ich schon hier runterfallen, ne? Immer nicht so einen langen Weg. Oh. Oh, das wird tagelang wehtun. Oh ja. Du glaubst, dass du Schmerzen hast? Das Klappern, was hier übrigens die ganze Zeit hört, ist wie ich R2 drücke. Und das braucht man, um vom Boden abzuspringen. Ah, haben wir schon alles. Na gut. Haha. Alles klar. Ja, das will ich jetzt nicht nochmal sehen. Das ist unweilig. Okay. Schön. Da vorne haben wir noch eine Hall of Meat. Irgendwo. Und es wird wieder so Newsleitung hergestellt. Achso, das ist gleichmal. Oh ja. Okay. 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 Okay.